So, hallo und herzlich willkommen! Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategie.tv. Ihr seht es am Hintergrund, ihr hört es an der Musik und ihr könnt es mir, glaube ich, auch noch ansehen. Ich bin immer noch ganz entspannt im Urlaub hier in Griechenland. Wir machen weiter mit unserer kleinen Reihe über die Griechen. Und heute geht es um die griechische Kennziffer, die ich am meisten liebe und die mir das meiste Geld bringt. Nämlich das Theta. Also, was ist das Theta? Warum liebe ich es so besonders? Das Theta drückt den sogenannten Zeitwertverfall aus. Das heißt also, mit Hilfe des Thetas kannst du berechnen, um wie viel sich jede Option pro Tag verringert aufgrund des Zeitwertverlustes. Ihr wisst, eine Option hat ja immer nur eine begrenzte Lebensdauer. Es gibt Optionen, die haben nur eine Lebensdauer von, ich glaube, 26 Stunden. Die werden in Amsterdam gehandelt. Das sind Daily Options. Das heißt, die werden an einem Tag aufgelegt und laufen dann am nächsten Tag schon wieder aus. Ich glaube, entweder 24 oder 26 Stunden. Ich glaube, 26, also zwei Stunden länger als ihr Auflagedatum. Das heißt, die haben natürlich einen extrem großen Zeitwertverfall. Dann gibt es sogenannte Leaps-Optionen. Die können also teilweise bis zu zwei, drei Jahre laufen. Sehr, sehr lang laufende Optionen auf Aktien und ETFs. Aber es gibt zum Beispiel auch im Rohstoffbereich natürlich Optionen, die acht bis zwölf Jahre laufen. Also Natural Gas beispielsweise kannst du Optionen zwölf Jahre in die Zukunft handeln. Erdöl kannst du acht Jahre in die Zukunft handeln. Weizen drei Jahre, Gold drei Jahre und so weiter. Also es gibt wirklich von ganz, ganz kurz bis ganz, ganz lang, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Optionslaufzeiten. Und eines, was alle Optionen gemeinsam haben, ist eben die Tatsache, dass jede Option jeden Tag, egal ob es ein Börsenhandelstag ist, ob es ein Wochenende ist, ob es ein Feiertag ist, dass jede Option dann pro Tag etwas Zeitwertverfall hat. Und wie viel das ist, das kann man mit Hilfe des Tetas berechnen. So, das heißt, während ich also hier ganz gemütlich in Griechenland im Urlaub schwitze und mich also hier entspanne mit meiner Familie, haben alle meine Optionen, die ich noch im Portfolio habe, nicht alle Positionen geschlossen, sondern ich habe eine ganze Menge auch offen gelassen, weil ich hier auch die Möglichkeit habe, ganz einfach meine Konten zu überwachen. Wie gesagt, wir sind hier mit einem sehr guten Freund in seinem Haus und da gibt es Internetanschluss und so. Das ist natürlich optimal. Da schaut man abends mal schnell über das Laptop rein und dann funktioniert das. Aber alle meine Optionen haben eben in dieser Zeit jeden Tag ein bisschen an Wert verloren aufgrund des Zeitwertverlustes. Das heißt, selbst wenn du heute eine Option hast, die im Wert steigt, hat sie trotzdem Zeitwertverlust. Durch andere Dinge, Veränderung des Underliings, Veränderung der Volatilität und so weiter, kann sie trotzdem an Wert gehen. Aber der Zeitwertverlust, der ist bei jeder Option gleich. Das ist natürlich etwas, was besonders den Verkäufern von Optionen, und wir sind ja primär Verkäufer von Optionen, absolut in die Tasche spielt, nämlich dieser Zeitwertverlust. Das heißt, wir gewinnen jeden Tag, weil der Wert der Option aufgrund des Zeitwertverlustes geringer wird. So, jetzt ist es so, dass beim Zeitwertverlust, ihr kennt vielleicht auch diese Kurve, dass der natürlich am Anfang relativ gering ist und zum Ende hin, gerade in den letzten 30 Tagen, sich dann enorm beschleunigt. So, allerdings muss man jetzt hier eines wissen, nämlich diese enorme Beschleunigung am Ende basiert eben nicht auf absolute Zahlen, sondern auf prozentuale Zahlen. Das heißt, wenn du dir das einfach vorstellst, das ist ja keine gleichmäßige Entwicklung. Also, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, eine Option hat 100 Tage Restlaufzeit und jetzt verliert die jeden Tag 1% an Wert, sondern am Anfang ist das prozentual recht wenig, da sind es vielleicht 0,01% und in den letzten 5 Tagen sind sie dann pro Tag vielleicht schon 20%. So, und das heißt, in prozentualen Zahlen stimmt die Aussage, dass es in den letzten 30 Tagen einen besonders schnellen Zeitwertverfall gibt. Betrachten wir allerdings mal absolute Zahlen. Also, was ist denn der Wert einer Option überhaupt noch? Dann kannst du ganz oft feststellen, dass Optionen beispielsweise im Future-Bereich, dass Optionen, die eine Restlaufzeit haben, sagen wir mal von 90 Tagen und welche von 30 Tagen. Beide sind am selben Strike, sind out of the money, sagen wir mal von Delta 10, dass dann diese Optionen, wenn 30 Tage vorbei sind, dass dann die Option mit der Restlaufzeit von 90 Tagen, zwar prozentual von ihrem Wert, nicht so viel verloren hat, wie natürlich die Option mit den 30 Tagen Restlaufzeit. Aber in absoluten Zahlen betrachtet, das heißt, der Wert, der wirklich noch verfallen konnte, hat die Laufzeit 90 Tage Option viel, viel mehr verloren. Und das ist auch der Grund, warum es gar nicht so sinnvoll ist, unbedingt immer ganz kurz laufende Optionen zu verkaufen. Es gibt eine Menge Strategien, Burning Trades, Squeeze Trading und so weiter, wo man sagt, okay, ich mache nie Glee-Options, aber gerade im Future-Options-Bereich oder auch wenn wir Aktienoptionen, ETF-Optionen handeln, dann ist es oftmals besser, etwas längere Laufzeiten zu wählen. Warum? Weil der absolute Wert an Zeitwert, der an der Option enthalten ist, einfach viel größer ist. Das heißt, wir haben viel mehr Möglichkeiten, hier Geld zu verdienen. Und wir haben ja schon über eine andere Kennziffer gesprochen, nämlich über das Gamma, die Beschleunigung, ihr erinnert euch. Und deswegen ist es gar nicht so gut, immer nur diese ganz, ganz kurzen Optionen zu verkaufen, sondern oftmals eben ein bisschen diese länger laufenden Optionen. Ansonsten gibt es zum Tether eigentlich nicht viel zu sagen. Ich persönlich schaue mir das Tether als Kennziffer eigentlich nicht an. Das heißt, ich gucke jetzt nicht unbedingt, meine Option verliert es am Tag 2 Dollar oder so weiter. Nein, das Einzige, es gibt so Strategien, Strangles-System beispielsweise, wo ich mir ausrechne, okay, wie viel kann diese Option mir jetzt quasi pro Tag bringen? Wobei das nur ein theoretischer Wert ist, weil, wie gesagt, es läuft nicht linear. Zum anderen gibt es so Strategien, dass man sagt, okay, wenn man zum Beispiel jetzt im Aktienoptionsbereich, dass man sagt, ich möchte mindestens so und so viel Dollar Zeitwertverfall am Tag haben, da kann man das ausrechnen. Aber selbst der Blick auf die Ziffer, also sagen, das Tether ist jetzt 0,48 oder es ist jetzt 0,79, wie wir es beim Delta machen, wo wir also sagen, okay, bei der Auswahl der Option schauen wir auf einen ganz bestimmten Wert. Das gibt es beim Tether nicht, also zumindest nutze ich es nicht so. Und deswegen ist das Tether also etwas, wo wir wissen müssen, warum es das gibt, wie es funktioniert. Und dann lassen wir das Ganze aber einfach für uns arbeiten. Wie gesagt, Tether immer positiv für den Optionsverkäufer, Tether immer negativ für den Optionskäufer und deswegen wichtig, wenn ihr Optionen verkauft, Laufzeiten beachten. Und noch wichtiger, wenn ihr Optionen kauft, ebenso die Laufzeiten beachten. Wer also sagt, ich erwarte jetzt, dass Crude Oil in den nächsten vier Wochen 20 Prozent steigt und der kauft eine Vier-Wochen-Option, der wird in der Regel nicht viel Spaß daran haben, sondern der muss langlaufende Optionen kaufen, sonst frisst ihm der Zeitwertverfall alles an Gewinn aus. Auf! So, das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Genießt den Zeitwertverfall. Lasst's euch gut gehen. Bis bald. Servus. Bye, bye. Ja.